Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda A Link Between Worlds. So, ich habe im letzten paar noch offscreen hier ein bisschen rumgetummelt. Ich wusste nicht genau, wie es weitergeht. Ich habe es selber vergessen. Aber dann bin ich hier mal in den Norden gelaufen. Ich bin mir sicher, ob ich das beim letzten Mal überhaupt dann noch gespeichert habe oder sonst irgendwas. Deswegen, gehen wir mal in den Norden und lasst uns verprügeln. It's dangerous to go alone. Take this, it's death. Okay, so, nein, lassen wir das. So, wir müssen hier in den Norden und zwar geht es ans Ziel von dem Superrennen, was mich sehr aufgeregt hat. Und ja, da bin ich hier nach oben gelaufen und habe dann gemerkt, da ist ja ein Haus. Das Haus hier oben hat ein bisschen speziell ausgesehen. Erzhänder und der Todesberg. So, ich habe immer gedacht, dieses Haus hier oben, dass dieses Haus hier oben das vom Schmied wäre. Aber das ist nicht der Fall. Deswegen bin ich eigentlich nie reingegangen und geschaut, was das überhaupt ist. Ich habe immer gedacht, der Schmied wäre da drin. Aber, boah, war nicht so. Ich bin dann reingelaufen. Moment mal, ich muss mal... Okay, ja. Ich bin dann hier reingelaufen und dann mal schauen, ob ich irgendwie was gespeichert habe. Aber, muss ich immer sehen. Hm, das hat er nämlich... Ah, okay. Oh, ich habe es nicht gespeichert. Oh, ich hasse aufräumen. Der Rosso. Er wartet auf uns. Ja, das wird mal aufräumen. Oh, Besuch. Ach, du bist es nur. Der Bengel von dem Schmied, nicht wahr? Und was machst du denn für ein ernstes Gesicht, du kleine Schlafmütze? Hast du beim Meister gekündigt und willst jetzt bei mir als Lehrling anfangen? Ja, wär schon cool. Ja, aufräumen. Man nimmt es und man wirft es auf den Boden. Das ist aufräumen. Ich war gerade in den Bergen und habe Erz abgebaut. Da biebt auf einmal die Erde und als ich zurückkam, sah ich hier so aus. Alles voll mit Steinen und Felsen. Hast du dich draußen mal umgesehen? Ich werde Wochen brauchen, um das alles aufzuräumen. Naja, so einen Fels hochzuheben und auf den Boden zu schmettern, ist dir auch ganz befreiend. Hm. Wenn das nur alles Herz wäre. Hm, was ist? Willst du das auch mal probieren? Es ist schon ein gutes Gefühl. Hm, schaffst du es nicht? Bist du nicht stark? Stärkst du was? Ja, versuch mal damit. Damit hast du schon mal in den Großvaterfelsen gestemmt. Oh, wir kriegen den Krafthandschuh. Nee, nee, nee. Damit dürfte selbst ein Hemm fliegen wie du die Kraft haben, Felsen hochzuheben. Vielleicht wirst du ja aus lauter Dankbarkeit die Felsen um mein Haus herum wegräumen. Ja, vielleicht. Oh, ha, ha. Nur ein Witz. Obwohl ich dich natürlich nicht abhalten werde, wenn du es unbedingt tun willst. Oh, ha, ha, ha. Ja. Dann mach ich mal wohl weiter wieder ans Aufräumen. Grüß den Meister von mir. Okay. Hey. Aber ich bin mir jetzt sicher, ob es irgendwas geben tut, wenn wir das jetzt machen. Hallo. Wir können es ja mal... Aua. Scheißrabe. Kommt davon, wenn du mich angreifst. Da fliegt die Steine gleich auf den Kopf. Hihihi. So, wir können jetzt, ähm, sehr wahrscheinlich weitermachen. Aber dann bin ich sicher rum. Ich schätze mal, wir müssen vielleicht hier in die Höhle rein. Aber zuerst mal schauen wir mal, dass hier Ordnung ist. Wassa. Vielleicht kommt der ja raus und gibt uns was. Obwohl ich gar nicht weiß was. Aber egal. Wassa. Du blödes Tier, du. Nee. So. Fehler sind es ja nicht mehr. Wassa. Und du auch. Ups, nicht getroffen. Du kannst leben. Gott hat dich aus der Welt zu leben. So. Okay. Noch vier. So, so drei. Dann diese zwei hier noch. Das sollte es so gewesen sein. Oh yes. Kommt noch was. Huh. Oh. 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 Ich hatte nicht gedacht, dass du für mich tun würdest. Das war wirklich nur als Witz gemeint. Ich muss mich irgendwie bei dir revanchieren. Ja, gib mir was. Komm rein. Oh. Vielleicht gibt es Erz. Oh. Wie können wir unser Schwert ein bisschen verbessern? Das wäre toll. Nyeh. 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 Aaaaah. Ja. 50 Rundmine. Yeah. Ja. Ich habe meine Doppelheit. Na los. Nimm schon. Ich hätte jetzt gedacht, ich bekomme Erz. Aber okay. Okay. Geld kann man nicht genug haben. Aber ich habe gleich fast 999. Aber ich glaube bei diesem Zelda geht es auch ein bisschen weiter. Man sieht doch ein Null mehr. Vielleicht 9999. Und das geht doch schon noch eine Weile bis wir das haben. So. Ich habe jetzt wieder keine Ahnung wo durch es soll. Yeah. Großer Folge. Aber ich schätze mal irgendwo hier. Ah. Irgendwo an diesem Berg sollte es sein. Ein Eingang. Dom. Bom. Bom. Okay. Mal schauen. Ob es das war. Ob das der... Riesenpicher. Typen. Ack, 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 ack. Link muss mal aufs Klo drücken, Junge. Oh, es brennt. Nein. Yes, sir. Oh, eins reicht schon. Kann ich das? Ach so, stimmt. Das habe ich auch vorhin schon hochheben können. Ich bin vergesst nicht. Aber egal. So. Aufräumen. Das ist ja eine Bruchbude hier. Ach Gott, ich hasse es. Oh, nee. Ich freue mich jetzt schon auf den Scheiß-Oss. Ach, komm her. Oh, er gibt mir wenigstens Herz. Ich sehe es so schlecht. Komm. Nein. Ja, danke. Und weiter geht's mit Aufräumen. Oh, cool. Hier geht's nach draußen. Sind wir jetzt schon am Berg? Oh, ist das aus? Oh Gott, nein. Nein, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Oh mein Gott. Äh. Bin mir unsicher, ob mich diese Gegner auf einmal töten. Ähm. Ja, oh, so. Wow. Ich habe schon gedacht, was wir das so wünschen. Ach so. Die werden einfach... Blödes Vieh, du. Oh, oh, oh. Äh. Jetzt war es hier rein. In Sicherheit. Oh, eine Kiste. Ach, schon wieder. Was? Fünf Rubine? Okay. Hat sich ja voll gelohnt, hier rein zu gehen. So. Oben habe ich was gesehen. Schnell nach oben. Anklicken. Jawohl. Jetzt könnten wir wenigstens hier hin teleportieren. Das ist doch schon mal gut. Der Todesberg. Warum der so heißt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, schauen wir mal. Ah, wir können hier... Wasser runterspringen. Nee, nee. Ja. Ja. Sterb. Ui, ui. Hä? Was? Wo kommst du denn her? Ui. Oh, mein Gott. Geld. Oh, Geld. Ich bin geldgierig. Nein, mein Geld. Gut. Mein Geld. Hab ich eingesammelt, so gut es ging. Aber hier müssen wir rein. Und ich glaube, ich weiß auch, was hier drin passiert. Was ist hier? Oh. Äh. To. Okay. Oh, nicht gut. Ich glaube, ich könnte auch noch... Hoppa. Nyeh, 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 nyeh. Okay, ein bisschen... Energie einsparen, wenn es geht. Schauen wir mal. Oh, oh. Auf. Guter Jung. Willkommen hier. Was? Hallo? Oh ja, jetzt ist Ruhe im Gelände. So, wie gehen wir hier rüber? So. Da kommt er schon wieder. Was zum... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Items. Oh, cool. Es wird pausiert. Hab ich nicht gewusst. Ähm. Ihr ständet mal hier. Wasser. Bums. Gibt's hier was? Nein. Kann ich den? Nein. Warum kann man diese Steine kaputt hauen, aber nicht mit Mama? Wie dann? Yeah. Ein Monsterherz, das nach Trockenfleisch riecht. Mh, lecker. Oh. Oh, es geht doch. Yeah. Oh. Komm her. Wo ist... What? Bums. Ich bin der Stärkste in der Welt. Niemand kann mich aufhalten. Oh. Kann ich überhaupt hier oben was machen? Oh, cool. Ui. Äh. Ui. Nicht einfach. Oh. Die Steinfamilie kommt. So. Wir gehen mal hier raus. Schauen wir mal. Praktisch ist hier draußen was? Nye. 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 Okay. Oben sieht's eigentlich ein bisschen besser aus. Äh. Warte. Moment. Ich muss zuerst mal ein bisschen schauen. Wop. Bums. Au. Ich hab gehauen. Ich hab geklickt. Okay. Ähm. Ja. Versuchen's mal. Boah. Ui. Ui. Scheiße. Ja. Steine heben. Ja. Es war knapp. Oder kann ich sie vielleicht mit dem Hammer noch zerstören? Ui. So. Gehen wir mal hier raus. Vielleicht kann ich sie zu Stein machen und dann mit dem Hammer draufhauen. Und dann sind sie tot. Testen wir's aus. Aua. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Aua. Ich klicke doch schon den... Oh oh. Ähm. Oh oh. Nichts ist passiert. Wir gehen lieber weiter. Oh Gott. Schaff ich es noch? Oh. Oh. Was hab ich schon gemacht? Schon gedacht an Herz. Ich brauch ein Herz. Oh ja. Die kann ich nicht gut holen. Scheiß Berg. Ui. Da kann ich runterfallen, ne? Wasser. Gib mir Herz. Mann. Ja. Ja. Da kann man runterfallen. Mh. Okay. Da ist nichts. Äh. 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 Oh. Ach du meine Güte. Das ist ein riesen Labyrinth. Gehen wir mal hier nach unten schauen. Wo ist da? Ich brauch Herzen. Ich will doch nur ein Herz haben, bitte. Sei so lieb. Gib mir ein Herz. Äh. Scheiße. Äh. Noch mehr von dem Schatten. Och. Komms. Gib mir Geld. Ja. Was? Wie komm ich denn hier rüber? Äh. Äh. Ui. Okay. Der einzige Weg, den ich gerade gesehen habe, war der. Deswegen. Wir nehmen ihn. Oh mein Gott. Wie lange geht das noch? Ich brauch Herzen. Ich hab nur noch zwei. Ich glaube, der wird noch richtig übel. So. Wir runter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht weitere Herzen noch verliere. Ich will nicht. Aber geht. Ups. Falscher Knopf. Ich wollte eigentlich den Hammer benutzen, aber ich war zu doof dafür. Oh. Da ist noch ein Stein. Oh. Kann ich hier rein? Nein. Och. Mensch. Los. Geh weg. Oh. Noch mehr Monsterherzen. Was kann man mit einem scheiß Monsterherzen machen? Mensch. Menschenskinder. Ich kann hier nicht an die Wand. Ich schätze mal, wir müssen hier rüber. Jawohl. Bitte. Ihr seid doch fertig. Wieso? Oh. Ich wäre jetzt schon fast runtergesprungen. Es gibt Herzen. Ich schätze mal, das war auch der Weg. Okay, hier geht's nochmal rein. Hm. Bom, 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 bom. Was? Das war's? Danke. Yay. Oh Gott. Ey. Egal. 981 Rubine. Für uns. Oh. Speicher. Speicherpunkt. Ich bin gerettet. Save Time. Yay. Erasturm. Wir sind angelangt im letzten Dungeon sozusagen. In diesem Gebiet. Also in dieser Welt. Oder muss ich nochmal zurückgehen? Hallo. Lauf nicht, Bombs. Lauf nicht weg. Was kann man mit diesen Monsters jetzt machen? Ihr müsst das vielleicht einmal ansehen. Es ist, ich weiß, es ist Trockenfleisch ist oder so. Also eine Konsistenz von Trockenfleisch. Ist das jetzt schon der Turm? Oh, oh ja, wie er das ist. Aber das ist ein bisschen doof. Bombs. Schildkrötenalarm. Aua. Ah. Bombs. Oh, oh. Bom. Boah, so, so. Gleich mal überlegen. Wir haben hier etwas. Da kann ich nichts anfangen, oder? Ah, Moment mal. Vielleicht eine Bombe. Da komme ich vielleicht hoch. Oh, das ist glaube ich nicht so eine tolle Sache. Wenn ich jetzt hier... Muss ich der klicken? Nein. Falsch. Ähm. Liegen. Drücken. Laufen. Nye, nye, nye. Das Rätsel wurde gelöst. Was hat mir das gebracht? Gar nichts. Schätze ich jetzt mal, oder? Hui. Wir können ja mal auf die andere Seite schauen. Bombs. Nee, nicht wirklich, ne? Da komme ich jetzt vorbei. Das... Oh, da liegt es noch draußen. Hey, großer Erfolg. 50 Rubine. Huh, cool. Komm durch. Achso, man hat es sogar gesehen. Oh oh. Nein. Nee. Ich muss glaube ich... Ich muss es wieder ändern. Ähm... Ähm... Eto... Du kommst auf. Äh. So. Nein. Das ist wieder falsch. So, weg hier. So. Und das. Alles klar. Bombs. Wieder runter mit dir. Ich will hier raus. Und... Hier will ich nach oben, bitte. Hui. Was hat mir das gebracht? Wow. Ich war schon vorhin hier. Cool. Was bringt mir das? Warum sind die Teile jetzt hier? Hä? Schau hier mal. Nee. Hm. Ach man. Ich bin schon wieder in deiner Sackgasse. Dann gehe ich hier hin. Da komme ich nicht vorbei. Das bringt mir auch gar nichts. Also ich komme hier hin. Hä? War das alles? In diesem Raum. Bin ich blind? Ich sehe nichts. Okay. Moment. Ich springe von dem hier. Springe ich hier an die Wand. Von da gehe ich hier hoch. Da bringt mir das eigentlich gar nichts. Würde ich jetzt mal sagen. Bombs? Nein. Von da springe ich einfach hier in die Mitte. Hier nach oben. Hier nach oben. Oder müsste ich vielleicht von da drüben? Nee. Da komme ich ja nicht hin. Oder doch? Oh. Habe ich es wieder übersehen? Ich habe das Gefühl. Ich habe es wieder über... Ich habe es wieder über... Nein. Ja. Lauf. Geht schneller. Habe ich das Gefühl. So. Moment. Jetzt muss ich mal überlegen. Wenn ich hier an die Wand gehe... Ah. Ich kann doch so rüber. Gut. Okay. Okay. Habe ich zuerst nicht gesehen. Ich habe gedacht, die Tür wäre im Weg. Aber das war nicht so. Bombs. Der fette Kerl geht mal hoch da. Ui. Und wir sind... Ah. Also. Schweinerei. Warum? Sie drängen mich in die Ecke. Ähm. Okay. Hat noch mehr. Nein. Das ist die OP. Guck mal hier. Da kann ich nicht... Bombs. Das bringt auch nicht viel. Bombs. Sterb. Ich hasse die Teile. Wir sind scheiße. Jetzt nochmal nach oben. Hier könnte ich runterfallen, um die Kiste zu holen. Ja. Was haben wir? Der Kompass. Jawohl. Sehr gut. Und dann gehen wir wieder nach oben. Hui. So. Sehr schön. Sehr schön. So. Hier können wir nach oben. Schauen wir mal. Da sind wir nach oben gekommen. Das heißt, es gibt ja gar nichts. Dann gehen wir weiter nach oben. Hui. Nein. 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 Ach, Mensch. Gehen wir wieder runter? Wieso? Äh. Geh ich halt so nach oben. Wenn du zwälst, man spielt. Ich hasse dich. Ja. Das Spiel ist gegen mich. So. Ja, klar. So. Wumsa. Rüber, ja. Gehen wir halt wieder nach oben. Wenn es unbedingt will. Warum nicht? Oh. Geht da nicht halt so lange. Aber es ist trotzdem Zeit. Oh. So. Jetzt sollte es, glaube ich, weg sein. Wenn es... Nein. Hä? Oder... Äh. 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 Oh. Sehr schön. Ey, Moment. Was da? Äh. Herzen. Jawohl. Das ist, was ich will. Okay. Wir können es auf die einfache Art machen. Oder auch auf die schwere. Aber geht das gar nicht anders? Hä? Was? Äh. Ich habe heute den Anime, ähm... Charlotte. Fertig. Angesehen. Und ich bin... Äh. Ah. Das Ende war ein bisschen zu schnell. Aber... Kommt halt davon, wenn man das... Am Anfang ein bisschen länger macht. Äh, lange macht. Länger. Langer. Oh. Ach nee. Aber ich fand ein Anime sehr gut. Ich habe auch schon eine Zeichen von Tomori Nao gemacht. Lass mich, du blödes Vieh. Äh. Und ja. Mal schauen, wessen Anime der nächste ist. Ich müsste eigentlich mal... Ghetto noch fertig schauen. Und da ich jetzt Anime geschaut habe... Habe ich jetzt irgendwie so eine riesige Anime-Stimmung. Lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Was haben wir das gebracht? Uah, Skelette. Nein, geh nicht an den Schalter. Nein, das auch. Oh oh. Ich will... Was ist der Burmstabbel? Mehr aus drei. Moment, falscher Knopf. Aufheben. Werfen. Nein, Schuhe, der falscher Knopf. Da legt doch die Bombe hin. Nein, fast. Ach, scheißegal. Komm her. Oh, kommt her, meine Tiere. Aua. Komm her, meine Tiere. Aua. Herz. Scheiß Schalter. Oh, wo ist er? Da. Aufheben. Was machen wir das, Skelette hier unten? Gibt es hier einen Nekromanten oder so? Nee, komm her. Da, du. Noch einmal. Jawohl. So, hinüber. So. So. Ähm. Das. So sollte es sein. So ist es auch. Oh, hier gibt es eine Kiste. Hui. Kann ich ihn noch raus? Fünf Rubine. Wer versteckt in diesem Herasturm fünf Rubine? Fünf fucking Rubine. So, gehen wir raus. Oder so. Ah. Hä? Erzähl. Nein. Ich will nicht. Jetzt sind wir aber einen Stock weiter oben, oder? Wie funktioniert das? Oh mein Gott. Was? Auf die andere Seite. Mann, 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 Mann. Das Spiel. Bring mich auf die Gräse. Oh, der kommt. Oh. An die Wand. Hier rein. Herz holen. Schnell. Hier ran. Oh. Mann. Das ist ja übelst. Ähm. Wo muss ich denn jetzt hin? An die Wand. Hier rüber. Hochziehen. Zieh hoch. Oh, jetzt habe ich fast gedacht, ich hätte falschen Augenblick geklickt. Aber nein. Go. It's boss time. Oh, jetzt schätze ich mal, das ist nicht der richtige Boss, oder? Nee. Das ist nur so. Was? Was? Die können werfen? Was werfen die denn? Scheiße. Nein. Knochen. Wie viele Knochen haben sie noch auf? Hau drauf. Oh, das geht so schon ein bisschen. Be... Herz. Stirb du Scheißvieh. Oh, er gibt mir Herzen. Danke. Achso, das war wirklich der Zwischenboss. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was macht... Oh. Hallo. Nein. Oh, bist du eingesperrt? Hau weg, die Scheiße. Der geht runter. Ach, schon wieder. Bumms. Er kommt da. Er kommt. Ja, ich komme auch. Bumms. Hau rein. So. Wie lange ist der Party überhaupt schon? Hups. Oh, schon zu viel Zeit vorweilig. Bumms. Okay. Ich muss... ...rauswinden, bis es weiter geht. Oh. Muss ich hier irgendwo speziell runterfallen? Oh, hier gibt es einen Schlüssel. Yay. Sehr schön. Ah, so schön, wenn man durch die Decke schauen kann. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich habe nicht alle weggeballert. Jetzt aber. So, Moment. Hier gibt es einen Schlüssel. Und den Schlüssel können wir hier natürlich gebrauchen. Oder uns noch eine Schatzkiste. Was war das denn? Okay, so. Ich muss jetzt irgendwie... Oh, oh. Oh, ich bin oben. Yay. Äh, muss ich gleich mal schauen. Wo ist denn der Schlüssel hier? Irgendwo hier? Gibt es noch einen Raum? Ach, nee. Jetzt muss ich hier... Ah. Ekelhaft. Gehen wir weiter. Ansonsten müsste ich jetzt da alles... von draußen noch machen? Oder... Ah. Nein, nicht wirklich, oder? Ah, er fährt. Oh, nein. Äh. Was machst du? Du gehst nicht... Oh, Schweinerei. So, Moment. Ich muss mir mal Gedanken darüber machen. Ob ich... Ja. 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 Jawohl. So, gehen wir zur... Scheiße. Nein. Zurück. Nein. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Nein. Das war gemein. Ich warte doch nur die Schatzkiste holen. Du Schwein. Du hast mich beraten. Ah. Okay. Timing ist alles. What's up? Bums. Los. Mach schon. Danke. Du fährst auch weg? Oh, mein Gott. Ah. Alles. Ah. I got it. Oh, yeah. Ja, immerhin 100 Rubine. Ich hätte jetzt aber gedacht, das wäre noch was Schönes hier drinnen, aber... Leider nicht. Oh, er ist hier. Nein. Er ist schon wieder weg. Du Sau. Ach so. Ich kann nicht hier drauf. Ups. Das war mein Fehler. Warum, warum sehe ich denn den Turm? Ist er wohl nicht dicht oben? Ja. Geh. Danke. Du gehst halt wieder. Yeah. Muss ich schauen. Ich glaube, ich muss hier durch dieses Loch sprinten. Oh, das sieht mir fast danach aus. Oh, mein Gott. Treffe ich den... Scheiß. Jawohl. Erster Versuch. Äh. Höh. Nein. Ich hasse diese. Ja. Oh, 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 oh. Äh. Items? Nyeh, nyeh, nyeh. So, geh runter. Schwing dein Ding! Was? Was hab ich denn in der Flasche? Ach so, ich hab schon eine Fee. Fee rein sammeln. Yay! 50 Rubine. Plus 3 Fee. Oh, warum nicht? So, Moment. Bevor ich weitergehe. Ich muss da wieder mal den Hammer ausfüllen. So, ich habe mir ein bisschen Gedanke gemacht, wie ich das bei Zelda hier am besten in Zukunft noch machen tue. Am besten ein Part Weg zum Boss. Der andere... Nee, Moment. Der Weg zum Palast. Genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie kommen! Was? Wo bist du gekommen? Sau. Runter mit der. Muss ich hier alle anmachen? Was ist... Was? Nein, nein! Nein! Sollte ich runter. Aua! Also, ein Part Weg zum Palast und der andere Part halt im Palast. Oh, cool. Aber das Problem ist, ich habe es nicht eingehalten. Ich bin schon fast durch, habe ich das Gefühl. Hups. Aber egal. So, wir machen den... Ich würde jetzt mal sagen, wir machen diesen Tempel an diesem Palast nochmal fertig. Oh, eine große Kiste, die will ich haben. Die will ich haben. Ach so, ich muss sowieso zur großen Kiste. Glaub schon. Nein! Was soll... Skill! Okay, wir haben einen großen Schlüssel und die Tür ist gleich da vorne. Was ist hier? Gar nichts. Okay. Besseres Timing haben. Besseres Timing haben. Bombs! Jawoll! So! Ich muss mich gerade mal anstrengen. Wessen Boss ist hier? Wessen Boss? Weiß es nicht. Wir verloren. Nein, ich habe eine Fee. Geht schon. Okay, kein Boss. Gut. Dann müssen wir vielleicht noch zum Boss... Oh nein. 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 Man fällt runter. Nein! Ich hätte gedacht, er kommt erst später. Wieso? Natürlich ist er es. Äh! Nicht gebracht, ne? Aua! Oh mein Gott. Er zieht mir... Nee! Einmal! Wuuu! Lass mich! Hab Angst! Mami! Ich kriege ich noch... Voll auf dem Spannzaun. Ja, hier kommst du nicht durch, ne? Häuser? Wer will dir irgendwas rum? Nee. Oh oh. Mach deine Wände! Oh! Ich treffe ihn. Hey! Wieder in Deckung? Oh mein Gott, er rastet aus. Er rastet völlig aus. Nein! Nein! Nicht runterfallen! Nicht runterfallen! Nicht runterfallen! Auf die andere Seite! Auf die andere Seite! Wo ist er? Ich sehe ihn so schlecht. Nein! Ja! Hau drauf! Jetzt ist er noch schneller. Oh! Nein! Was soll das? Schweinerei! Oh! Ich muss... Ich muss... Ich muss mich konzentrieren! Oh! Nein! Was machst du? Ja! Okay, wieder in Deckung. Wo ist er? Was macht er? Er wirbelt irgendwas rum. Er ist da drüben. Kein guter Zeitpunkt anzugreifen. Jetzt aber! Nein! Was denn läuft? Ich bin fast tot! Ah! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! 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 Ich will nicht sterben! Mutti! Nein! Oh! Nö! Warum kann er sich so schnell wenden? Das ist gemein. Aber ich habe eine Fee. Hm! Hm! Ja! Ich bin ein guter Junge. Ich habe meine Fee immer dabei. Jetzt stirbt doch! Mann! Ich glaube, noch einmal anhauen. Nein! Klar, einmal anhauen. Ach, nö! Oh Gott! Das war bescheuert. Meine Achse... Ach, ich schütze mir schon wieder mal die Achselhöhlen aus, ey. Hihihi! Huch! I got it! Wir haben es geschafft! Der Herastor ist nicht mehr. Ich bin so glücklich. Leider eine Fee gebraucht. Ein Herz-Cutainer. Du erhst ein weiteres Herz und deine Lebensenergie wird komplett aufgefüllt. Nicht praktisch. Und wir kriegen noch das letzte Amulett. Beim nächsten Mal würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg in den verbotenen Wald. Du hast das Amulett der Weisheit und das Amulett der Kraft erlangt. Jo! Du hast alle drei Amulette errungen und so deinen Wert als Held bewiesen. Nun ist es dir möglich, das Bandschwert des Bösen zu erlangen. Das... Master Schwert! Wuuuuh! Gehe nun, Ted. Das Master Schwert befindet sich tief im Wald. Gehe und erlange das Schwert, um das Böse zu besiegen. In der nächsten Folge... Bei The Legend of Zelda Link Between Worlds. So Leute, wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wir sind wahrscheinlich in Kakareko. Wenn wir da in den Wald kommen. So Leute, danke fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ja, hör auf zu Gaka, nicht Speicherjahr. Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja!